Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, das wollte ich auch machen, okay. Äh, ja, Dämonenkopf, okay, das haben wir jetzt auch. Fick dich. Fick dich ins Knie, okay, okay, okay. Untersuch mir das jetzt mal. Ja, in diesem Part geht es darum, um... Äh, alles untersuchen, alle Monster und so alles. Aber ich glaube, das wird lange dauern. Aber guck mal erstmal. Okay, die Willenkecks haben wir, das muss ja später bei Franziska abgeben. Die wollte ich untersuchen. Fick dich. Ähm, ja. Warte, das nehme ich doch bestimmt weg hier und da sind die schwächer, oder? Oder? Keine Ahnung, aber ich töte die jetzt. Okay. Kann ich den Pilz eigentlich auch untersuchen? So. Okay, den Pilz kann ich nicht untersuchen. Schade, schade, schade. Okay, hier gibt's nichts, außer diesen Äxtentypen hier. Okay. Ich bin da durch. Und da gibt's diesen goldenen Bastard. Jetzt aber. Okay, haben wir. Und was ist seine Schwäche? Äh, Käfer, okay. Okay, Käfer hat da schon etwas. Hm, ja, 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 ja. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Was sind diese Riesenfrösche eigentlich? Was sind das für Frösche, verdammt? Fischfreund, okay. Fischfreund, okay, nix Frischfreund. Waldfrosch, auch nicht so richtig. Jetzt bist du so ein Frosch. Okay, kann ich bestimmt die Steine untersuchen? Nein, anscheinend wohl nicht. Okay, was gibt's hier? Ja, nichts. Ich brauche eine Karte. Warte, wie heißt der Wald denn jetzt? Segerwald? Okay, 5 ist das gerade. Okay. Ähm, hä? Wieso kommt das jetzt? Und was ist das für ein scheiß Rezept? Bombschild. Soll ich das jetzt machen? Ja, ich mach das jetzt mal. Okay, ich hab die Lösung. Okay, jetzt machen wir das hier rein. Und wir haben was erhalten? Agis. Ich hab ein Teil der Attacke, die Schöne überträgt sich auf die Waffe. Okay, ich glaube, das mache ich später mal. Okay, dann gibt's hier wohl nichts mehr, was wir machen können. Agis. Okay. Was ist das denn? War das auch schon mal, davon schon da? Wenn ja, hab ich das nicht gesehen. Und hab mich extra mit 5 Leben gegen das Scheißmonster gekämpft. Egal. Okay, den rechten Teil haben wir untersucht. Jetzt geh einfach mal nach oben. Was ist mit der Spinnen los hier? Warum seht die so braun? Achso, die haben Kupfer drin. Nichts Kupfer hier. Schwarze Witwe. Ja, die ist schwarz. Wie gedacht. Deswegen auch der Name. Schwarz. Und was bist du für einer? Oder hab ich die schon? Ja, ich hab die schon untersucht. Okay. Ich geh nach oben. Und was gibt's hier? Schwarze Witwen. Die mich angreifen ohne Grund. Scheiß Spaß, wies. Und eine Blume. Ich glaub ich, die Blume hab ich schon einmal gesehen oder so. Okay, die haben wir auch schon. Ähm, ja. Dadam, das ist von der Irrgarten hier. Ah, hier war doch diese braune Tafel oder so. Ach, hier ist die. Auch ein Rezept. Gucken wir mal das an. Mh, 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 okay. Okay, ich mach zurück. Das kann ich später machen. Viel, viel später. Momentan kein Bock. Momentan echt kein Bock drauf. Äh, ja. Wo kann man jetzt hin? Warte, da. Okay, okay. Okay, warte. Sind wir schon... Sind wir von links gegangen? Ja, wir sind von links gegangen. Okay. Dann muss ich nach oben. Das ist mal ein fetter Pilz. Ja, das ist echt ein fetter Pilz. Okay, dazu sagst du nichts. Pock und so alles. Ey, das ist doch ein Riss oder nicht? Oder ist es keiner? Ich brauche die Karte hier. Ich will die scheiß Mood nicht sehen. Okay, dann gehe ich nach oben. Dann komme ich hier raus. Super. Hier wollte ich auch. Also hier brauchen wir doch die Bomben, oder? Ich probiere das mal aus. Bomben. Warten. Äh, Bombe. Warte, hier gab es doch irgendeinen Weg noch, das mit Bomben berüstet war, oder nicht? Hä? Wieso kann ich keine Bomben... Hä? Wieso kann ich keine Bomben hinlegen? Geht die jetzt so? Geht das jetzt? Hä? Wieso kann ich keine Bomben hinlegen? Bin ich jetzt irgendwie zu unfähig geworden, oder was ist los? Hä? Hier, das hier? Warte. Irgendwie... Irgendwie aktivieren sie sich nicht, gar nicht. Deswegen? Hä? Hä? Warte, wieso funktioniert das jetzt nicht? Achso, verdammt. Ach, ich bin so dämlich, Leute. Boah. Ich bin so dämlich, verdammt. In dieser Game kann man keine Waffen benutzen, verdammt. Ich muss mal vergessen, verdammt. Ähm, ja, aber untersuch mir das. Geht nicht, okay. Komplexschild. Dass man später zu AI geht, oder wie das noch hieß. Wir gehen mal nach oben und gucken uns mal an, was die jetzt zu sagen haben, wenn ich das Buch habe. Aber erst davor, das hier. Wo ist Heath? Gerechtheitshax. Okay, aber dich werden wir auch noch untersuchen. Anigma, wildes Kind. Lauka, Maya. Reden. Ganz egal, was passiert. Okay. Kein bestimmt. Schwerter Himmel. Ja, Fleisch. Ausruhen. M-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m. Hier kann ich bestimmt mal Zeitgüssen mit dir machen. Zeigen. Zeigen. Zeigen mal ein paar Waffen. Schwerte mag sie ja. Hier. Und redest du jetzt mit uns über irgendwas? Okay. Auch noch nicht. Ah, fick dich. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Kicken schlagen. Ähm, Zubehör. Helme mag es ja auch. Hier. Okay, jetzt. Hm. Okay, noch einmal. Ähm. Haarschmuck mochte sie auch, oder? Haarschmuck. Okay, hier. Und jetzt. Oh, jetzt kommt der Zeitquest. Ja. Roxas, Lauka ist hungrig. Also Zeit, auf die Jagd zu gehen. Lauka hat dich wieder gesund gepflegt. Jetzt ist es an dir, heute auf die Jagd zu gehen. Und? Ja. Gut. Äh, los. Auf die Bolte fangen. Ach, mein Hals. Hä? Heute gehst du selbst auf dir. Ich kann nicht erwarten, zu sehen, was du fängst. Verdammt. Ach du Scheiße, hab sie geil gemacht. Ich rieche sehr gut, mein Ziel. Okay. Nachher, was rieche ich denn? Verdammt, ich hab eine neue, die mich liebt. Verdammt. Ich bin einfach so beliebt bei den Frauen. Was sind das für Teile? Hä? Die Monster wären eine gute Monster für Lauka. Bis egal. Was sind das für Scheißmonster? Achso, das... Achso, die haben eine Schweinenase. Das hab ich gar nicht gemerkt. Okay, hier so. So. So, okay. Und kommt noch was? Ja, okay, da auch noch. Ach, hier, hier. Scheiß Pilz. Geht du auch noch? Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Dass alle Monster besiegt. Ist ja ein Witz. Rohes Fleisch erhalten. Fleisch. Leckeres Fleisch. Ganz saftig und so. Okay, vielleicht haben wir jetzt auch erhalten. Super. Ihr müsst immer noch den scheiß Wald erkunden. Vielleicht habt ihr irgendwas vergessen. Warte, ich muss mich jetzt mal richtig erinnern. Was gab's da eigentlich noch? Zeigen. Hab ich eigentlich genug Mana? Ah ja, ich hab rausgefunden, was diese Punkte heißen. Die heißen Mystik-Punkte. Ich weiß auch nicht, wie die so heißen, aber egal. Mystik-Punkte sind das. Fick dich ins Knie. Warte, wenn ich schlafen gehe, fühlt sich das auch, oder? Ausruhen, ja. Warte, wo ist der jetzt eigentlich hier 14? Ich wollte ihn auch analysieren. Ach, feg dich doch. Wieso war ich das auch nicht geheilt? Ach, wir sehen uns gleich... Entschuldigung, das ist grad gekommen. Ist er wieder da? Er muss neugierig sein. Ja, ich bin neugierig. Nach dir, kleines Mädchen. Ich bin pedo. Äh, ja. Ich hol gleich ein bisschen Mana und dann sind wir uns gleich auf der Brücke wieder. Okay, es geht weiter. Es geht weiter. Aber Entschuldigung, dass ich ganz plötzlich eingeschaltet habe über der Tür da. Als er etwas gesagt hat, dass ich gut rieche und so alles und so weiter. Zeigen. Aber ich wusste gar nicht, dass das Parfüm... Ich sag's schon. Dass Roxas Parfüm aufträgt. Hm. In dieser Welt ist ja alles möglich. Oh, beeindruckend, Roxas. Lauka ist so glücklich, aber sie kann das nicht alles essen. Lass uns das nächste Mal zusammen jagen. Und was jetzt? Reden? Warte, was mag sie jetzt wieder? Ah, in diesem Part werde ich's auch sie geil machen auf mich. Hm. Schwerter, Helme, Haarschmuck, Fleisch, Fuchsschwanz. Fuchsschwanz, hab ich das nicht gehabt? Ah, das hab ich doch bestimmt jetzt noch, oder? Äh, Objekte, Gras. Ah, verdammt. Verdammt. Ach, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab das jetzt. Und jetzt zeige ich das hier auch nochmal. Das ist wenig, dass ich dann alles gezeigt hab, wie hier. Gras, Fuchsschwanz hier. Ja, und jetzt sagst du irgendwas zu uns? Okay, anscheinend wohl nicht. Jetzt kommt bestimmt irgendwas. Ja, kann auch sein. Ich geh mal wieder rein und dann wieder raus. Ah. Hm, vielleicht Brustkrebs. Kann auch sein. Okay, was jetzt? Okay. Willkommen, Fuchsschwanz, jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Richtig. Und nochmal. Okay, anscheinend wohl nicht. Dann kann ich jetzt bestimmt mit der Röde irgendwas machen. Okay. Okay. Ich geh jetzt weiter den Wald inspizieren. Denn da muss ich in die Scheißwüste. Ich hab so doll keinen Bock auf die Wüste, Leute. Boah, ich hasse die. Warum sind jetzt auch immer wieder Monster? Davon waren wir keine Monster. Hm, okay. Ach, fick dich. Spider-Man-Typie. Ich weiß, ob das Monster so unbesiegbar ist. Warte mal, ich geh jetzt nach unten. Da sind die Frösche, oder? Ja, da sind die Frösche, okay. Ich geh jetzt nach rechts. Da kommen wir zu den Spinnen. Jägerfahrt 3, okay. Dann geh ich einfach nach unten. Dann komm ich hier hin. Dann hab ich Möglichkeiten, nach unten zu gehen oder nach rechts. Ich geh jetzt mal nach unten. Dann komm ich hier hin. Und dann komm ich zum Ende. Okay, das ist 9. Ich glaub, 9 ist heute das Höchste. Okay. Dann geh ich mal hier hin. Da war dann ein Riesenbastard auf mich. Okay, dann geh ich hier runter. Da waren diese Frösche, oder? Ja, da waren hier diese Frösche, okay. Dann geh ich nach oben. Und scheiß auf den Gifting Pils hier. Da komm ich hier hin. Besten Friedhof, okay. Warte mal. Heißt das jetzt? Ich hab jetzt alles untersucht. Leute, wenn ihr bemerkt habt, dass ihr irgendwas vergessen habt, schreibt es in den Comments. Bitte. Und... Ich geh jetzt zum Ende. Weil ich ja... Weil ich ja alles untersucht habe. Und geh in die Wüste rein. In die Wüste. Weil ich muss da gleich einen Cut machen. Das ist doch scheiße. Dass du dich zusammenhält, wie ist der? So, untersucht. Und warum bist du so ange... Warum greifst du mich an? Aber erst im nächsten Part. Tschüss.